Ich habe nie gearbeitet, um ein gutes Set zu machen oder eine Dekoration zu machen. Ich arbeite für ein Show. Ich bin sehr froh, diese große Opere zu produzieren in diesem schönen Ort aus Viener. Der Steinbruch Sankt Margareten ist natürlich ein Gesamterlebnis. Nicht nur die Oper, sondern die Kulinarik, der Wein, der Genuss. Einfach hier zu sein, das live zu erleben, das kann man nicht erklären. Man kann nur hierher kommen und sich das selbst anschauen. Ich freue mich, Sie willkommen zu heißen. Bis bald.